Der Name ist Programm. GTS steht bei Porsche für Grand Tourismo Sport und verheißt außergewöhnliche Porsche Performance. Porsche erneuert mit den neuen Zweisitzern sein Bekenntnis zum authentischen Sportwagen für Rundstrecke und Alltag. Die Höchstgeschwindigkeit für das Sportcoupé beträgt 285 kmh. Die Bereifung des GTS ist mit einem 35er Querschnitt vorn und hinten kompromisslos sportlich abgestimmt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017